Mein Name ist Leonie Stolz von der Erlebniswelt Snowdome in Bisping, die knapp 30 Minuten südlich von Hamburg liegt und ich bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Erlebniswelt Snowdome Bisping ist neben der Skipiste, die ja viele kennen, auch eine tolle Location für Veranstaltungen, Tagungen und Seminare und wir haben sogar noch ein Hotel, so dass man bei uns eben auch übernachten kann und eben auf dem Schnee tolle Rahmenprogramme, Incentives, Teambuildings abhalten kann. Neben den schon erwähnten Tagungsmöglichkeiten und eben den Rahmenprogramm auf dem Schnee, der großen Gastronomie, die auch noch dazu gehört, haben wir noch ein ganz besonderes Programm und das ist, dass Schulklassen kostenlos zu uns kommen können und eben Skifahren und Snowboarden können, so dass wir ganz stolz darauf sind, dass wir sehr, sehr viele Kinder eben in Bewegung bringen und damit einen schönen Beitrag leisten, einer gesunden Kindheit und Jugend zuzutun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017